Hier haben wir die Klubanlage, Rio Helios Paradise. Das ist eine riesengroße Klubanlage, Rio Club Hotel. Matthias erklärt euch jetzt mal ganz kurz, wo war das Licht. Hier oben bei der 1 ist dann der Haupteingang, die 2 ist dann das Parken, was hier zum Hotel gehört. Bei der 3 sind wir dann an der Rezeption. Hier drüben die 4 ist dann die Tennisanlage. Und dann geht es hier unten weiter mit der 5, dem Terra, dem Hauptrestaurant hier im Hauptgebäude. Nebenan ist dann das Nessebar, das ist das bulgarische Spezialitätenrestaurant. Die 7 ist das asiatische Spezialitätenrestaurant. Die 8 hier unten ist dann die Karaokebar. Die 9 ist dann die Salonbar, da finden dann die ganzen Veranstaltungen statt. Und dann geht es weiter hier runter bei die 10. Da ist dann Toskana, das ist das italienische Spezialitätenrestaurant und gleichzeitig das Strand. So, dann ist die Pulver hier unten bei 11. Und ja, dann geht es weiter, wo steht das Bulg. Der Strand, wo haben wir denn? Ja, der Strand ist dann hier. Und bei dem Strand ist dann auch hier unten das Sanres Beach Bar, das ist dann auch gleichzeitig das Fischrestaurant.